Ich fliege gerade nach Barcelona und da draußen ist eine Aussicht, das könnt ihr nicht glauben, wenn ihr es nicht seht. Das ist echt so mega geil. Matterhorn und Mont Blanc könnt ihr jetzt gleich sehen, weil ich die Kamera umdrehe. Schaut mal! Untertitelung. BR 2018 Willkommen in Barcelona. Ich werde euch jetzt so ein bisschen mitnehmen und euch ein bisschen was von der Stadt zeigen. Den Anflug habt ihr ja schon gesehen. Ich freue mich auf jeden Fall schon und die Sonne scheint und es ist hier echt Sommer in der Stadt und ich bin in einer der, ich würde mal sagen, der coolsten Locations hier in der Stadt. Land wohnen, das würde ich schon auch gerne. Schaut euch das mal an. So cool! Geil, oder? 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 Bis zum nächsten Mal. Das Ding hier hinter mir würde ich als Bude schon nehmen. Schaut mal her. Wird nämlich gerade renoviert. Für mich. Die wunderschönen Bilder von hier oben. Sag ich jetzt Tschüss aus Barcelona, denn ich muss leider zum Flughafen. Ich bin so traurig. Ich habe hier jetzt eineinhalb Tage gehabt und habe die Zeit genossen. Bis bald. Mal schauen, wo es mich als nächstes hinzielt. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß es ehrlich 셋. I bet you mind. Du kannst dich auch hier bonito ab, bzw. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.